So, willkommen heute nun endlich zu den neuen Klicker Eidlung Incremental Games. Das nächste Spiel ist Mr. Barrel, an dem ich noch nicht genau weiß, was es jetzt eigentlich sein soll. Also, Restaurant. Mr. Fass arbeitet in einem so geschäftigen Rassort, wo kein Fehler geduldet wird. Fülle den Töpfe mit den richtigen Getränken. Bier zum Flaschen, Kaffee zur Tasse, Cola zu Glas und Wein zu Kelch. Okay. Mit der Leertaste Getränke wechseln, mit der Maus Getränke werfen. Beste Punktzahl 0. Okay. Gucken wir mal schwer an. Ich habe noch nicht mal wirklich verstanden, was ich machen soll. Das heißt, ich muss hier dann die Sachen füllen. Also Wein. Ach, ey. Geht das auch in einfach? Okay, was auch immer in den Dingern drin ist. Bier ist wahrscheinlich das erste, Kaffee das zweite, das dunkle, oder Cola das dunkle, Wein das rote. Bier das gelbe, Kaffee schwarz, Cola schwarz. Das ist ja echt Käse. Das gefällt mir gar nicht. Und was ist jetzt hier der Unterschied? Dass die schneller laufen? Wahrscheinlich. Okay. Ganz schwer. So. Das ist Tee. Das ist Wein. Bier. Tee, Kaffee. Wein. Okay. Lass da auch noch zwei. Einige der Getränke haben einen Versuch gestartet und so schaffen sie eine Stürmer Masson. So. Lassen Sie das nicht machen und sammeln Sie richtig. Mit A und D bewegen. Mit Leertaste Farben wechseln. Okay. Also das erste ist jetzt Kaffee, Tee. So, schwarz. Schwarz. An wenigstens die Farben passen würden. Rot. Okay, zumindest sind da jetzt die Farben drin. Ja. So, schwarz zu schwarz. Gelb. Schwarz. Gelb. Schwarz. So, was auch immer das ist. Tee. Kaffee. Ah, rot. Gelb. Gelb. Ja, das war jetzt wieder schwarz. Okay, dann das schwer, schwer. Okay, sehr lustig. So, Arena. Einige dunkle Kräfte haben den Kampf gegen Mr. Fass angefangen. Mr. Fass ist nicht freiwillig zu kämpfen, aber er wird sie behandeln, wie sie wollen. Angriff mit Wasser zu Feuer, Säure zum Roboter und spezieller Flüssigkeit zum X. Okay, mit WSD bewegen, Leertaste am Motion wechseln, mit dem Ausfeuern. Na, super. Sauber. Okay, also was zu was. Wasser zu Feuer. Grün zu irgendwas. Boom. Okay, super. Dann machen wir noch eine Runde hier. Also, das war mehr oder weniger ein Clicker Game. Aber eben nur mehr oder weniger. Okay, blau. Wenn man die Farben direkt anwählen könnte, von wegen 1 bis 4 oder sowas. Also, blau, blau, blau. Zu spät. Okay, das ist alles. Ja. Das Spiel wird auf jeden Fall nicht weiter in die Liste schaffen, weil letztlich habe ich jetzt, denke ich, alles gesehen, was man sehen kann. Und jetzt wird es halt nur darum gehen, das Ding so weit zu trainieren, tatsächlich mit dieser Bedienung zurecht zu kommen. Das werde ich an der Stelle nicht machen, weil das finde ich jetzt nicht spannend genug, um das weiter zu spielen. So, dann bleibt es hierbei bei einer Folge mit Mr. Berger, Mr. Fass. Und ich werde noch mal einen Blick auf die Errungenschaften schauen, weil es gibt immerhin 25 Errungenschaften. Das heißt, 200 Flaschen Bier füllen. Okay, das könnte man, wenn man es noch oft genug schafft, töte 200 metallische Feinde, 200 mal das X. Das habe ich ja zumindest ein paar schon gemacht. Okay, aber 60 Sekunden im Restaurant schwer, der schwer überleben. Genauso beim Kämpfer 60 Sekunden lang zu überleben. Und das gleiche im Restaurant 2. So, dann sonst ein Sammeln. 500. Naja, die Errungenschaften könnte man wahrscheinlich schon noch irgendwie vervollständigen. Aber das Spielprinzip ruft mich jetzt nicht so sehr. Also, auf zum nächsten Spiel und soweit der erste und letzte Blick auf Mr. Berger. Klassiker. 50 Sekunden. Vielen Dank.